Erleben Sie Geschichte und reisen Sie in die Vergangenheit. Entdecken Sie die spannende Geschichte von Gelderland. Machen Sie eine Zeitreise ins Mittelalter und in das Herzogtum Geldern. Besuchen Sie alte Burgen und romantische Ruinen. Geheimnisvolle Sühne kreuzen. Johann, ich spieße dich auf! Entdecken Sie die spannende Geschichte von Belagerungen und Hexenverbrennungen. Von Wikingern und Nordmännern, eines richtigen Spukhauses und viele andere spannende Erzählungen. Erleben Sie die Episoden am Computer oder auf dem Tablet unter spannendegeschichte.com oder auf dem Smartphone unter spgs.nl. Sie können sich Geschichten anhören, Videos ansehen oder lassen Sie sich überraschen von interessanten Touren, Angeboten und Veranstaltungen. Sind Sie in Gelderland auf eine dieser auffälligen Markierungen gestoßen? Damit sind historisch bedeutende Orte gekennzeichnet, an denen Sie spannende Audiokommentare oder Videos auf Ihrem Smartphone abspielen können.